Herr Klatecki, Vice President Firma Jasper, die wievielte Termprozess ist das für Sie? Für mich persönlich? Oh, ich glaube, das muss ich grob nachrechnen, ich denke mal so die, schwierig zu sagen, sechste, siebte. Das heißt im 24. Jahr dann? Ja. Okay. Wie viele Kunden hat es schon am Stand? War es für Sie bisher erfolgreich, zweiter Tag heute? Ja, gestern ist ein bisschen schwach gestartet, aber heute sind wir sehr zufrieden. Also die Besucherzahlen sind deutlich geklettert und die Gespräche sind auch hochwertig, muss man sagen. Die Anfragen sind gut, ja. Wie viele europäische Kunden, wie viele außerhalb von Europa haben? So eine grobe Einschätzung? Da kann ich jetzt kaum drauf antworten. Also ich denke mal, Europa ist zu 60, 70 Prozent in der Überzahl. Aber wir haben also auch deutlich die ganz Fernen dabei, das kommt auch vor. Welchen Wert haben denn Fachmagazine wie die Heat Processing oder die Prozesswärme für Sie als Unternehmen? Ja, ohne geht nicht. Es ist ein Informationsmaterial, das die Kunden auch deutlich erreicht und wir präsentieren uns da, damit eben auch Besucherzahlen auf Ständen entstehen oder unsere Produkte bekannt werden oder unsere Köpfe, wie auch immer. Das ist für uns schon wichtig. Frei nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber. Am besten. Was haben Sie als neuestes Produkt, als neueste Serviceleistung, die Sie vielleicht noch in den Vordergrund rücken möchten? Das neue Produkt, das wir auf der Messe jetzt hier zeigen, ist unser neuer Brenner mit eingebautem kontinuierlichen Regenerator. Also das war eigentlich immer ein Traum, den wir seit gut 20 Jahren schon träumen, aber jetzt ist er fertig und läuft. Also man kann ihn für, sagen wir mal, Renovierungsprojekte benutzen oder eben an Öfen, wo eine wirklich große Anzahl von Brennern ist und drumherum wenig Platz zum Beispiel oder im Homogenisierungsbereich. Gerade auch für kleine Leistungen mit kontinuierlichem Regenerator gibt es weltweit nur bei uns. Noch ein Satz. Was kann der Kunde von der Firma Jasper insgesamt erwarten? Das, was er eigentlich immer kriegt. Grohe Qualität zu passendem Preis. Das ist ein Statement. Vielen Dank.